Zähne zusammenbeißen und ab geht's! Auf Instagram zeigt Schauspielerin Ruby Ophée, wie knallhart sie ist. In einem Video wälzt sie sich im Badeanzug im Schnee und steigt in ein Fass mit kaltem Wasser. Bibband und barfuß rollt sich Ruby für mehrere Sekunden durch den Schnee, bis sie komplett paniert ist. Das sieht schon beim Zuschauen richtig frostig aus. Dann geht's mit schnellen Schritten ab in ein großes Holzfass. Das Wasser eisig. Aber Ruby hält tapfer durch, beruhigt ihre Atmung und schließt einen Moment lang die Augen. Auch ohne Vielworte ist wohl jedem Fan beim angucken des Schwarz-Weiß-Videos klar, wie bewandt kalt diese Nummer sein muss. Was Ruby damit bezweckt? Vermutlich geht's ums Abhärten und Stärken des Immunsystems.